Freude, Angst, Zufriedenheit, Wut. All diese Gefühle erleben wir täglich und sollten viel mehr über sie reden. Das Familienspiel Cup of Therapy bietet dazu einen guten Anlass und unterstützt mit tollen Illustrationen eure Geschichten und Erlebnisse. Zum Spiel Cup of Therapy von Huch gibt es auch das passende Puzzle mit 500 Teilen und noch mehr liebenswerten Illustrationen.